Hinter UNICOS steckt die Vision einer 100% erneuerbaren Energieversorgung. Und dieses Szenario an einem Ort der Welt schon mal vorweg zu nehmen, ist die Idee hinter dem Projekt. Meine allererste Aufgabe bei UNICOS war tatsächlich eine Region auf der Welt zu suchen, wo dieses Szenario auch heute schon wirtschaftlich umsetzbar ist. Bei unseren Recherchen sind wir dann auf die Azoren gestoßen. Das ist das Archipel, das mitten im Atlantik liegt, zwischen den USA und Europa. Und die Azoren sind deswegen ein interessanter Kooperationspartner, weil sie zum einen so weit weg von jedem Kontinent liegen, dass niemals nicht ein Seekabel anlanden wird. Und zum anderen hat sich der Energieversorger der Azoren, die EDA, sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, was die Umstellung der Inseln auf erneuerbare Energien betrifft. Das heißt, wir haben zusammen die Insel Graziosa identifiziert, um dort zu zeigen, dass man mit Sonne, Wind und Speichern energieautonom sein kann. Der Strom wird heute mit Dieselgeneratoren erzeugt und weil Dieselkraftstoff ohnehin sehr teuer ist und außerdem mit hohem logistischem Aufwand auf die Insel gebracht werden muss, ist die Stromgestellung sehr teuer. Das heißt auf der anderen Seite, die Umstellung auf Erneuerbare schon heute wirtschaftlich. Was bleibt, ist die Frage der technischen Machbarkeit, also die Sorge um die Versorgungssicherheit der 4.500 Menschen dort. Und um zu zeigen, dass ein Energiesystem basierend auf Windkraftanlagen, Solarenergie und Batterien ein stabiles Netz zur Verfügung stellen kann, haben wir die komplette Insel hier in Berlin im Verhältnis 1 zu 3 nachgebaut. Heute sind wir hier, nach der Finalisation des Master Agreementen für die Delivery von Green Electric zu EDA. Und ich bin sehr stolz, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Agreement heute mit Ihnen zu signieren. Und ich hoffe, ich meine, die Frage, die wir in Deutschland haben, vielleicht ist, dass unsere Energie-Politik um 80 Prozent in 2050 zu haben, und die Menschen noch diskutieren, ob das möglich ist, oder nicht. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich, wie die Menschen, die vorhin 500 Jahren diskutiert haben, ob es möglich ist, die Amerika aus Europa zu erreichen, oder nicht. Ich hoffe, dass in der gleichen Weise, wir enden die Diskussion von Portugal, an diesem Zeitpunkt aus den Azores. Vielen Dank.